So, ich grüße alle die sich zu dem Video hier verirrt haben. Ich mache mal wieder ein kleines Unboxing. Was haben wir denn hier Feines? Ah, sehr schön. Hier haben wir von KW Mobile, musste ich mir eine neue Handyhülle bestellen, weil die letzte, die ich mir für mein wundervolles, wie heißt es, Razer Phone 2 bestellt habe, das war nur so eine Klebehülle, wo man das Handy einfach so reinkleben konnte. Ich werde es direkt mal abmachen. Ist zwar so für den Anfang nicht schlecht, aber es fehlt auch hier hinten die Aussparung für das Razer Zeichen und deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich mir eine neue Hülle. Okay, hier haben wir direkt zum Saubermachen. Sehr fein. So sieht die Hülle aus. Don't touch my phone. Es gab leider nicht so viele und ich entschuldige mich für meine Fingernägel, die sind richtig sind, aber ich habe im Auto geschraubt. Es gab leider nicht irgendwelche cooleren Motive. Zack, weg ist es. Und jetzt können wir direkt das Razer Phone da ein. Na ja, Clips sind mehr oder weniger. Zack, upsala, da ist noch nicht drin. So sieht das gute Stück aus. Hier habt ihr noch ein Kartenfach und hier, was mir wichtig war, ist, dass man dieses wundervolle Razer Zeichen hier hinten sieht, was ja dann auch beleuchtet ist, was ich ziemlich cool finde. Habe ich eine Nachricht gekriegt? Nein, habe ich nicht. Okay, so sieht die gute Hülle aus. Ich hoffe, sie hält lange. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Link ist wie immer unten drin. Ansonsten könnt ihr mir gerne einen Kommentar oder ähnliches da lassen. Bis dann, dann. Tschaui.